Hallo und herzlich willkommen zum D-Series Obus Mangum, also DMO-Z-Portal für den Zauberer ist wohl mit Abstand das Schwierigste und jeder der es schon mal probiert hat wird auch wissen warum. Wo finden wir das Ganze? Akt 3 bzw. Akt 4 und dort einfach vorne raus laufen, gerade nach oben und in der Ecke befindet sich dann der Portalstein als Aufgabe, ein Gegnerslohn und natürlich Geschosse Reflekten. Dafür benötigen wir schon mal eine ganz spezielle Skillung, da gehen wir dann am Ende nochmal drauf ein, aber jetzt zeigen wir euch mal wie man das Ganze so weit spielen kann, um es auch in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Das erste was mir ganz wichtig ist, in Kanaiswürfel haben wir ein Giftamulett drinnen, also entweder Gift oder Frostamulett würde ich euch sehr stark ans Herz legen, denn ansonsten kassiert ihr zu viel Schaden in dem Portal. Das ist ein bisschen riskant, müssen wir nicht unbedingt riskieren, deswegen hier auf jeden Fall ein Amulett rein, sicher ist sicher und das nächste was ihr habt ist, ihr müsst ein bisschen riskieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist nun mal so, dass ihr besonders was darum geht, weil ihr einen sehr sehr starken Zeitdruck habt, für das Meistern des Portals müsst ihr in der vorgegebenen Zeit alle Mobs töten und damit sich das ausgeht, können wir hier nicht anfangen Mobs zu zählen und dann zu schauen, okay haben wir jetzt 20 für die Slowkuppel oder nicht, sondern die wird einfach gestellt und dann habt ihr sie oder habt ihr sie nicht. Also Gott sei Dank gibt es mehrere größere Flächen mit einer höheren Mob-Konzentration, es soll sich in der Regel ausgehen. Ein persönlicher Tipp, was sich mehrmals oder was bei mir mehrmals schief ging, schaut in jede Ecke. Man glaubt es kaum, aber ganz oft so kleine Fliegen oder Bienen, wie auch immer diese Giftinger sind, die stecken teilweise fast außerhalb der Map und müssen gepult werden. Wir werden es dann am Ende sehen des Portals, da fehlen genau zwei dieser Gegner und genau diese zwei waren eben außerhalb der Karte und das ist dann schon sehr sehr nervig. Ansonsten für das zweite Hauptziel, wo wir eben Geschosse reflekten müssen, da würde ich euch einfach die Insekten ans Herz legen, also ihr habt es gesehen, auch die Speerwerfer, stellt einfach mehrere Kuppel, das ist ein ganz guter Tipp, stellt mehrere Kuppel, wartet einfach, lasst die Rückenbarmer schießen, bis genügend Geschosse drin sind und dann stellt ihr euch rein und reflektet das Ganze. Das geht natürlich besser bei den Insekten, weil diese kleinen Giftinger, die sie auf euch schießen, in einer viel höheren Frequenz kommen. Das bedeutet also, wenn wir hier eine hohe Dichte haben, wo wir sehen, okay, jetzt werden wir mal richtig stark beschossen, dann pflastern wir alles mit unseren Slowflächen zu und reflekten das gleich dann mehrmals. Also das bedeutet, wir stoßen einmal alles zurück und dann gleich nochmal und nochmal und somit können wir den Counter dann ganz gut nach oben treiben. Aber, wie schon gesagt, deswegen, da müsst ihr ein bisschen riskieren, lasst ja keine Mobs stehen, ihr habt nämlich nicht die Zeit hier, dann nochmal zurück zu kommen, also meistens ist es so, ihr müsst euch dann entscheiden, lauft ihr nochmal oben rum und schaut nach, ob ihr was vergessen habt oder lauft ihr unten rum und schaut nach, ob ihr was vergessen habt. Da müsst ihr dann die Entscheidung treffen, deswegen schon beim ersten Durchgang versucht es, so sauber wie nur möglich zu clean. So, wie ihr jetzt sehen könnt, das war eben genau das vorhin angesprochene, uns fehlen jetzt, ich glaube es sind zwei Gegner und jetzt müssen wir uns entscheiden, wo laufen wir hin, wir schauen natürlich nochmal in jedes Eck. Der Vorteil ist, im Endeffekt schaut ihr ja nur auf die Minimap, denn sobald ihr in der Nähe seid, tauchen die letzten zwei Totenköpfe auf und dann seht ihr, okay, wo sind die und wo werden die wo sein. Die sind genau bei dieser Fläche, die ein bisschen nach außen hinweg geht, denn die Insekten stehen da außerhalb. Also da solltet ihr auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, nicht, dass euch hier dann die letzten paar Mobs fehlen. So, jetzt haben wir mal genug von den Mobs, schauen wir mal kurz auf die Skillung. Was haben wir denn? Ihr wisst ja an der Karte, die Skillung findet ihr auch ganz alles unterhalb verlinkt. Auf jeden Fall ein Resi-Amulett, damit wir hier nicht zu viel Schaden kassieren und auch ein bisschen was wegstecken können. Ansonsten ein Ingeum sehr zu empfehlen. Ihr seht schon das Schwert für Wirbelwind und natürlich auch die Armschienen, die sehr, sehr viele Gegner zusammenziehen. Also ein volles DMO-Set, die Armschienen, Schwert und so wie Ingeum würde ich euch sehr ans Herz legen. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, denn dann können wir mit Energiewirbel kombiniert mit der Spektralklinge einfach die Gegner auch in einem sehr, sehr schnellen Abstand wirklich töten und vergesst nicht die Teleportation, damit ihr euch durch die Wände bohrten könnt und schneller an die Gegner kommt.